Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Weshalb ist es wichtig, selbst denken zu lernen? Ich präsentiere euch eine pragmatische und eine idealistische Antwort und ein neues Problem. Die pragmatische Antwort lautet, anders als in vormodernen Gesellschaften kennen moderne Gesellschaften ständig neue Herausforderungen. Zum Beispiel neue technische Entwicklungen und damit auch neue ethische Fragen. Ein Beispiel wäre, dass wir heute medizinisch Organtransplantation machen können und das mittlerweile dazu geführt hat, dass wir viel zu wenige Organe haben und es entsteht sofort die ethische Frage, darf man sie gegen den Willen eines Verstorbenen entnehmen oder nicht und so weiter. Und diese ständig neu auftauchenden ethischen Fragen machen es nötig, dass in modernen Gesellschaften die jungen Leute lernen, selbst zu denken. Gleichzeitig fehlen in diesen modernen Gesellschaften feste Antworten, wie sie in vormodernen Gesellschaften zu haben waren, nämlich zum Beispiel aus heiligen Schriften oder auch aus jahrtausendealten Traditionen. In einer vormodernen Gesellschaft wäre eine Frage, wie die eben genannte, nach der Organtransplantation irgendwie beantwortet worden aus der Tradition heraus, das sei es aus einer heiligen Schrift oder aus irgendeinem ewig geltenden göttlichen, staatlichen, monarchistischen Gesetz. Heute braucht die Gesellschaft also weniger junge Menschen, deren Kompetenz darin besteht, dass sie alte Lösungen und alte Entscheidungen über richtig und falsch kennen, gelernt haben und auch vertreten, ohne diese weiter zu hinterfragen. Sondern die Gesellschaft braucht heute Menschen, welche die Kompetenz mitbringen, durch kluge Argumentation zu einem eigenständigen Urteil in den neu sich ergebenden Herausforderungen gelangen zu können. Die Idee ist einfach, dass diese neuen Impulse der jungen Menschen miteinander in Argumentation treten und man zusammen eine tragfähige Lösung entwickelt. Die andere Antwort ist eine idealistische, weshalb es wichtig ist, selbst denken zu lernen. Sie kommt von Immanuel Kant. Er schreibt ein Zeitalter, also eine Epoche, eine Zeit, kann sich nicht verbünden, alle zusammen, und darauf verschwören, das Folgende, also die Zukunft, in einen Zustand zu setzen, darin ist diesem, der Zukunft, unmöglich werden muss, seine Erkenntnisse selbst zu erweitern, von Irrtümern zu reinigen und überhaupt in der Aufklärung weiter zu schreiten. Also nochmal, ein Zeitalter kann nicht über die Zukunft bestimmen und sagen, wir legen jetzt die Wahrheit fest und die ist dann auch für euch verbindlich. Das wäre ein Verbrechen, wieder die menschliche Natur, deren ursprüngliche Bestimmung gerade in diesem Fortschreiten besteht. Fortschreiten in der Aufklärung und im Selbstdenken. Und die Nachkommen, also die zukünftig Lebenden, sind also vollkommen dazu berechtigt, jene früheren Beschlüsse als unbefugter und frevelhafter Weise genommen zu verwerfen. Also zukünftige Generationen dürfen, so sagt Kant, die Beschlüsse von ihren Vorgängergenerationen wieder in Frage stellen, weil sich die Welt geändert hat. Das ist die pragmatische Antwort. Aber die idealistische sagt, sie dürfen das, weil das Selbstdenken ein Menschenrecht ist. Das Idealistische besteht also einfach darin zu sagen, zur Natur des Menschen, wie Kant tatsächlich hier formuliert, gehört es, selbstdenken zu dürfen und darin immer weiter fortzuschreiten. Jetzt präsentiere ich euch aber ein Problem. Das Selbstdenken in unserer aufgeklärten, individualistischen Kultur. Hier wird das Selbstdenken nicht mehr als historisch-politischer Gewinn empfunden, sondern als normal, als naturgegeben. Das Selbstdenken verflacht zu einem Selbstdenken. Zur üblichen Formel, das muss jeder selber wissen. Selbstdenken verflacht, so könnte man sagen, zu Selbstmeinen. Und darin besteht tatsächlich eine Gefahr. Denn in unserer aufgeklärten Kultur ist das Rationale, das heißt zum Beispiel an wissenschaftsorientierte Denken, so etwas wie die neue Normalität. Und diese neue Normalität kann als Mainstream empfunden werden und auch diffamiert werden. Also als Mainstream abgewertet werden. Das, was eigentlich eine historische Errungenschaft ist, das Selbstdenken und die rationale, an wissenschaftsorientierte Kultur, wird plötzlich als Mainstream empfunden und abgewertet. Und gegen diese rationale Normalität wenden sich dann zahlreiche neue Irrationalismen. Und diese empfinden sich dann sogar noch als rebellisch, als vermeintliches Selbstdenken. Und das sind zum Beispiel Verschwörungstheorien, esoterische Ansichten oder das, was wir aus der populistischen Politik kennen, alternative Fakten, die letztlich einfach dem eigenen Vorteil dienen. Daraus entsteht eine Aufgabe, besonders in der philosophisch-ethischen Bildung und der Bildung insgesamt, nämlich immer wieder das Selbstdenken zu trainieren. Und das bedeutet mehr Differenzieren, mehr Komplexität, mehr und bessere Begründungen, mehr rationale, objektive Überlegungen und auch wichtig, mehr Nichtwissen zuzulassen. Und das heißt, keinem Big Picture zu folgen, das vermeintlich alles erklären kann. Damit ist gemeint, das rationale Denken stößt immer ganz selbstkritisch und ehrlich an eigene Grenzen. Wo es zugeben muss, hier endet die Möglichkeit, sicher Gründe nennen zu können. Und das ist ein Vorteil vor Weltanschauungen, was ich Big Pictures hier nenne, die nämlich immer alles erklären können. Und natürlich können auch Verschwörungstheorien und alle neuen Irrationalismen immer alles erklären. Und deswegen ist es besonders unsere Aufgabe im Bildungssystem, hier das Differenzieren und eben auch das Nichtwissen einzuüben. Meine Take-Home-Message lautet, die pragmatische Begründung, weshalb es so wichtig ist, Selbstdenken zu lernen, ja, weil wir SelbstdenkerInnen brauchen, um die ständig neuen Fragen der modernen Kultur lösen zu können, für die es keine vorgefertigte Lösung gibt. Die idealistische Begründung lautet, weil Selbstdenken ein Recht ist, das zum Menschsein dazugehört. Es kommt darauf an, nicht das Selbstdenken so überzubetonen, sondern das eigenständige Denken, das ist das Wichtigere an den Zielen der Aufklärung. Das Ziel ist nicht, dass sich möglichst alle Meinungen unterscheiden und individuell sind, sondern dass alle möglichst vernünftig denken, und zwar selbst, selbstständig. Das heißt, wir haben dasselbe Ziel zu einer möglichst gut begründeten, vernünftigen Wahrheit zu kommen, aber unsere Perspektive und unser Ausgangspunkt ist immer ein verschiedener, und das ist gut. Das Ziel ist nicht, dass man sich individuell neuen Irrationalismen überlässt, Beispiel Verschwörungstheorien, sondern dass alle möglichst vernünftig denken, und zwar selbstständig. Das heißt, dasselbe Ziel zu haben, aber eine andere Perspektive. Weshalb ist es wichtig, Selbstdenken zu lernen? Ich habe euch eine pragmatische und eine idealistische Antwort und auch ein neues Problem präsentiert, und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.